Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, dann schauen wir nochmal was uns heute erwartet und wir werden natürlich gleich zu dem nächsten Koloss gehen. Ich glaube der war in dieser Richtung, genau. Der werden wir jetzt gleich mal hinreiten. Ich mach schon mal das Bildmachtgerät an, servus Lette. Und dann schauen wir doch nochmal. Die letzten Kolosse gingen eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es so gut weitergeht. Und wenn euch die Folge ein bisschen gefällt, dann lasst mir doch ein bisschen Supporter. Würde mich sehr, sehr freuen. So. Schauen wir mal, wo es uns hinverschlägt. Das sieht ganz nach den Wäldern aus irgendwie. Das geht ziemlich tief in den Berg hinein. Ja! So, schon war das mal. Okay, ich glaube, hier können wir unser Pferd hier nicht mitnehmen. Schauen wir mal, ob wir hier runterkommen. Wir müssen eigentlich runtergehen. Das wollte ich jetzt nicht. Nein. Komplett gebackt, oder? Ne? Okay, wir leben noch. Okay, haben wir mal ein bisschen Energie verloren, leider. Oh, was ist hier? Okay, haben wir ein bisschen Energie zurückbekommen. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen. Ich bin jetzt hier. Komm her. Ich bin jetzt hier. Nähe sein. Ich glaube, an den kann ich mich noch erinnern. Geht's hier rein? Scheint so. Okay, hier geht's an den verschiedenen Positionen wieder hoch. Zeig mir eher hier runter. Hier müsste ich eigentlich richtig sein. Aber was muss ich hier nochmal machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Diese Richtung. Okay. Okay, okay, okay. Dann schauen wir doch mal. Was mit dem Kameraden hier auf sich hat. Okay, dann haben wir die Schwachstelle schon mal gesehen. Mal schauen, wie wir denn zu ihr stecken. Irgendwas müssen wir hier mit den Dingern machen, glaube ich. Der hat nix, wo man raufklettern könnte. Schauen wir doch mal, ob er hier was macht. Soll ich da mal rein gehen? Komm, ich geh einfach mal rein. Diese Bude noch zusammenbricht hier. was mit dem Namen, wie wir gelten? Was ist es das mit dem No threats? Was war hier? Was mussten wir hier machen? Das muss jetzt genau Juhon sein. Der geht wieder zurück, oder was? Der geht wieder zurück. Oder kann ich da auf den komischen Zirpfen da rauf? Wie wären wir an erhöhten Position? Eigentlich. Ich täuscht den Koloss um seinen Rücken zu erreichen. Okay. Dann läuten wir schon ein, wenn wir... Wenn wir jetzt hier praktisch reinspringen, dann kommt der weiter auf uns zu. Jetzt gehen wir mal hinter ihnen wieder raus. Das müsste eigentlich hier sein. Wie kommen wir jetzt da hoch? Wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, okay. Alles klar. Gehen wir rüber, Kameraden. Dann wollen wir Energie wieder auffüllen. Sehr schön. So. Okay. Die haben wir aber nicht ganz erreicht. Aber ich ziehe ihm nicht die viel ab. Ich weiß gar nichts. Nein, bleibst du oben. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Nein, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, oder? Okay, jetzt rück dich wieder, sonst fall ich runter, geh gleich. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Sehr schön. Cool. 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 Cool.